Da hätte mich fast so ein Fisch umgebracht. Das Problem hatte ich ja auch. Dann morde ich da vorne. Sehr schön, stopp! Ja, stoppt. Ich würde sagen, wir sind ziemlich gut hier. Okay, fahr los. Oh, ich wollte eigentlich das Boot wegmachen und nicht hier umbringen. Egal. Das Boot ist schneller. Ja. Okay, wohin gehen wir denn? Was haben wir denn vor? Da unten ist doch ein Kyra Fashion Week gedöhnt. Oder so ein blöder Transport wieder. Oh, das Boot ist schön. Auf jeden Fall die Richtung ist ganz gut. Oh, warte, vielleicht fährt er Transport hier über die Brücke. Kann man da auch über... Oh, man kann sogar über Land fahren damit. Teilweise. Oh, schau mal, die Frau ist ja immer noch drauf auf unser Boot. Schau mal hinter dich. Ja, leider. Du meinst, ich soll sie mal runter schubsen? Haha, nein. So, jetzt ist sie nicht mehr drauf auf dem Boot. Das ist aber komisch, eigentlich ist das gar kein Landfahrboot. Ne, ne, das bleibt hängen. Ne, ich konnte gerade drüber fahren. Warte, da vorne ist das blöde Ding. Fahr mal da hoch. Guck mal, ich konnte da jetzt einfach so hoch fahren. Ja. Ja, ein bisschen, aber nicht so schön. Ja. Ich sehe sie. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem... Das ist ja auch ein Kampf von neu hier, ne. Ich kann hier einfach durchlaufen. Ich kann hier einfach durchlaufen. Bei mir ist einfach nix, ne Leere. Ist nicht super. Ja, ich frag mich gerade. Ich krieg ja auch nichts, nur wenn ich die zerstört habe. Das ist komisch, das Bug irgendwie. Mach eine Schnellreise. Okay. Let's neu. Okay. Also, auf geht's. Äh, so. Hier sind wir. Warte mal. Äh, aufladen. Äh, 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 ja. Oh, wie sieht's eigentlich aus? Hier ist noch ne Meistermission für den Dingens. Aber, haben wir das schon gemeistert? Ich glaube. Kann sein, ja. Oh, warte, ich höre irgendwelche Schüsse. Ich weiß. Ehrlich gesagt nicht auswendig. So, wir haben hier... Da sind auf jeden Fall Kyratleute. Warte. So, wir dürfen wieder ein bisschen was ziehen. Okay. Okay. Ups. Da hab ich wohl auch noch Karma. Irgendwie hast du den noch... Aber der Pirat lebt noch. Aber der Pirat lebt noch. Na super. Das hab ich ja richtig gut gemacht. Ja. Ja. Soll ich ihn nehmen? Ich hole ihn. Ich muss mich jetzt rechnen. Warte. Warte. Oh. Warte. Irgendwie packt der Pirat. Ich hab mehrere Schüsse auf ihn gehauen, aber er ist nicht gestorben. Ja, das ist eigentlich etwas merkwürdiger. Ich hab ihn jetzt mit dem Take Down einfach genommen. Komisch. Irgendwie hat das gefallen. Oh, oh. Was heißt hier? Oho. Ja, hier ist ein scheiß Tiger. Warte. Wo ist er? Ich seh ihn nicht. Ich bin schon tot. Oh nein. Ich hab ihn getötet. Mit einer blöden Granate. Schnell. Schnell. Ah. Depp. Weiter geht's. Wie ich das Gebüsch... Ah, wir sind super geschützt hier im Gebüsch. Schön. So ein blödes... Was ist das für ein Tier? Komm, ich krieg das Tier. Hä? Oh, du hast mich... Hä? Du hast mich aus Versehen angeschossen. Ich wollte eigentlich das Tier töten. Ja, ich auch. Das war das Problem. So. Hier geht's lang. Sehr schön. Oh, warte mal hier. Kann ich die Glocke hier irgendwie... Warte mal. Bei mir wird die nicht mehr markiert. Nee, ich kann die auch nicht betätigen oder so. Einfach nur Deko. Die haben wir vielleicht schon mal gemacht. So, hier geht's. Hier geht's los. Oh, warte. Hier ist bestimmt noch irgendwie Munition oder so. Oh, guck mal. Hier ist ein Benzinkanister. Ah, okay. Aber... Kann ich mich irgendwie anschießen, sodass da Benzin rauskommt. Schade. Äh... Ich glaub, du brauchst einen Bogen. Willst du den Bogen nehmen? Komm. Ah, ja, 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 ja. Ich nehm den Bogen. Warte. Aber anstatt was? Kann ich schnacken. Raketenwerfer. Schwierige Entscheidung. Der Snipe hab ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel genommen. Nee. Okay, das ist jetzt dieser Scheiß-Bogen. Ach nee, warte, hier ist. Aber das ist dasselbe Bogen, oder? Vermutlich. Naja, okay. Na, machen wir mal. Dann hast du halt einen Scheiß-Bogen. Aber der ist doch auch gut. Der braucht schon einen. Aber ich kann die Mission gar nicht starten. Äh... Eigentlich startet die automatisch, wenn du da hinkommst und dir die Waffe aufsammelt. Ach nee, ich glaub, das backt hier grad komplett. Echt jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich bin ja hier. Hier müsst ihr starten. Ich mach den Start-Fix gleich. Ich hab jetzt wieder meine Sniper. Warte, bleib stehen. Wir machen Start-Fix. Okay. Warum? Und jetzt aufgeben. Naja. Ist schon vorbei. So. Okay, der Start-Fix. Der gut Bekannte. So. Wie sind wir denn jetzt? Ähm, weit weg. Schade. Ich komm nicht mit durch. Scheiß. Aber wir sind schon wieder hier. Ob es jetzt geht, fahren wir lieber mit dem Auto hin. Wir haben hier so einen... Ah, stimmt. Du wurdest entdeckt. Ja, ist mir jetzt egal. Ja, ist mir jetzt egal. Oh! Oh! Oh, die Scheibe ist auch schon so kritisch hier. Ich kann nichts dafür. Das waren die Piraten. War ich ein Elefant? Ja. Mach dir mal aggressiv für ein Elefant. Wir sind ein paar Piraten. Gut gemacht. Wir sind hier, ja. Den Rest müssen wir jetzt laufen. Hier hinter dir ist einer, ne? Bin der Granate. So. Sehr gut. Okay, wenn es jetzt noch nicht startet, dann weiß ich auch nicht. Nö. Du musst den Bogen nehmen, dann startet eigentlich. Normalerweise. Ja. Ne. Ne. Irgendwie nicht. Einfach nicht, ne. War hier ist noch ein Bogen? Den vielleicht? Nö. Oder hier ist noch ein Bogen? Jetzt? Ja, jetzt. Ah, wir müssen beide den Bogen nehmen. Müssen wir? Ach so, natürlich. Das ist noch ein Bogen. Hier muss nur ein Bogen verlegt werden. Das ist immer so. Ja. Okay. Oh, hier ist ein Hund. Sehr schön. Ich hab ihn. Hallo. Hm. Schön. Vorne ist was. Der ist da vorne. Er könnte das S.O.D. noch töten. Okay, warte. Ich hol den anderen. Den hab ich erwischt. Dann rennt der da einfach so weg hier. Eine Frechheit. Aber echt. Okay, ich hab den einen weggehauen. Den nicht seltenen. Ja. Erstmal. Ah, ich weiß nicht, ob ich den jetzt getroffen habe. Äh, auf jeden Fall greift er mich an. Der leg ihn. Der leg ihn. Ich bin ein bisschen... rot. Der leg ihn. Shit. Der tötet mich auch noch. Nein. Oh nein. Was ist das für eine Mission? Ein blöder Hund tötet uns beide. Alter, ich hab so viele Pfeile drauf geschossen. Ja, das ist echt nicht mehr normal. Äh, ja, irgendwie nicht. Aber jetzt wüssten wir es zumindest. Man, denkst du, man kann den mit der Kanar so ein bisschen anhitten und dann töten? Hab den Hund. Okay. Ich weiß es nicht. Ich glaub, ich würde ihn eher nur mit Pfeilen töten. Gehen. Da haben wir auch die Herausforderung. Okay. So, ich hab die mal markiert. Okay, man darf's nicht. Ja. Das wollte ich wissen. Aber die ist doch schön geflogen, die Granate. Also. Echt jetzt. So viel dazu. Also nochmal. Aua, du schießt doch nicht. Du warst vor mir. Stimmt's. Ja. Ja, ja. Ich war in der Schusslinie. So. Das seltene müssen wir noch. Ja, hab's. Markiert. Mist. Ja, aber er geht gleich in den Angriff rüber. Oh, Mist. Nein, er holt mich. Er greift aber dich an. Jetzt greift er mich an. Jetzt greifen sie sich gegenseitig an. Ich hab den anderen. Ja. Der seltene ist aber noch hinter mir. Uah. Schnell. Nein. Schild. Er ist immer noch hinter mir. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Hilfe, der rennt so schnell. Okay, ich hab jetzt auch ein paar Mal ihn getroffen. Ja, jetzt hab ich ihn nochmal getroffen. Es rennt wahrscheinlich hinter mir her. Nee, immer noch nicht. Ich hab ihn auch ein paar Mal getroffen. Aua. Er mag dich tot. Ah, sehr gut. Hast du ihn? Ja, Moment. Ja. Perfekt. Das ist doch toll. Meine tolle Waffe ist jetzt nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, gegen was ich den blöden Ding ausgetauscht hab. Ja, bei mir auch. Oh, gegen meinen RPG. Naja. Keiner braucht den RPG. Ja, eben. Wenn man einen Bogen hat, erst recht nicht. So. Was machen wir als nächstes? Bum. Du, 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 du. Wir könnten ja mal eine Sport machen. Du, 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 du. Wir könnten ja so ein Rennen oder so. Kann man das, kann man ein Rennen fahren? Und dann kann man auch bestimmt irgendwo ein Rennen fahren, oder? das sehe ich jetzt nicht vielleicht habe ich die Mission auch noch nicht warte mal noch mal Fashion Week noch ne Fashion Week na gut oder was ist es da hinten Propaganda Center! Ah, Propaganda Center, ja, das können wir auch machen ähm, dann gehen wir hier ist eigentlich kein Schnellreisepunkt, ne, trotzdem nehmen wir alles nach na gut warte, wo ist es am schnellsten, ich glaube von da oben hm, ok ich muss sagen, die Twitch-Verzögerung ist gar nicht so hoch sind gerade vielleicht 5-6 Sekunden oder so das ist echt nicht viel, aber ich habe auch diese kurze Verzögerung du hast es ja auch eingestellt, dass es schnell geht ja, nicht schlecht, bei mir ist immer ein bisschen mehr so warum lädt denn das gerade so lang? ja, aber mir lädt es auch gerade ewig merkwürdig, merkwürdig hm, echt merkwürdig hm, hm, hm es scheint viel zum Laden, das dauert halt ja, klar, klar aber solange geht es sonst nicht normalerweise eigentlich nicht, aber vielleicht ist die Gegend ja so ja, die ist bombastisch habe ich gehört die ist bombastisch Ja, das kann sein. Ja, das rechtfertigt die Ladezeit auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Oh je. Stimmt, Watch Dogs kam heute oder gestern raus? Nee, gestern. Ja, okay. Gestern kam Watch Dogs raus. Elfter, Elfter war ja gestern. Kam da nicht auch die Sonder 2 raus? Ja, genau, die beiden. Warte, ich schaue ja ganz kurz die Zeit. Naja, die Wartezeit ist ja lang genug, ja. Wahrscheinlich kostet es aber weides 60 Euro, ne? Ja, bestimmt. Sonder 2 auf jeden Fall. Wobei die Sonder 2 auch ganz cool klingt. Ja, ich habe den ersten Teil, ich habe ihn aber noch nicht so viel gespielt. Okay. Ja, der war mal ziemlich billig im Sale, deswegen. Hast du ihn noch nicht gespielt? Oder hast du schon ein bisschen? Ein bisschen schon, ein bisschen, ja. So ein, zwei Stunden. Für den ersten einen. Ja, ist ganz nett. Bisher bin ich halt einfach noch nicht so weit gekommen. Also, ja. Ja, deswegen kann ich es auch noch nicht so genau sagen. Die gibt es nicht für Linux, oder? Ne. Ne. Ja, na dann ist das natürlich blöd. So. Leider, sonst hätte ich sicher noch mehr gespielt. Mal, doch, der müsste eigentlich, oder? Da fliegt man 29. November, ah, dann haben sie es nach hinten verschoben, okay. Ne, ne. Eigentlich war mal 11. 11. Es müsste aber gleich geladen sein. Der Ladebalken ist jetzt dann voll. Oh ja. Interessant, ja. Was ist da los gerade? Ganz klar, dein Internet. Aber es ist eh alles gerade ein bisschen, ja, wobei, ne, das Ding lag ja daran, dass wir nicht beide in dem Bogen hatten, aber, hm. Dein Internet ist so langsam. Trotzdem. Ich weiß nicht, liegt es am Internet, oder an was? Wahrscheinlich, vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es eigentlich nicht so genau. Naja. Ja. Vielleicht möchte uns Fakoy auch eine Aufnahmepause nahelegen, aber irgendwie. Jetzt haben wir es ja gleich. Hallo. Ja, hoffentlich. Nicht, dass es halt jetzt komplett, keine Ahnung. Da gibt es auch so ein tolles Spiel, Ladebalkensimulator oder so, wie das heißt. Ja, okay. Ja, man muss auch dazu sagen, der Ladebalken hier ist natürlich besonders schön. Ne, das ist eigentlich ganz lustig. Das Spiel, du musst, der gibt dir einen Prozentsatz vor und du musst genau dann stoppen, wenn du denkst, das ist richtig und gibt es einen Abzug für die Prozente, die du daneben liegst und da. Ah, okay, okay. Das finde ich sogar richtig ein bisschen lustig. Das ist richtig super, ja. Die hätten ja aber wenigstens so ein paar coole Hintergrundbilder machen können, halt anstatt nur schwarz und so eine blöde Schrift. Aber da kriegst du ganz viele taktische Tipps, ja. Ja, klar. Klar. Zum Beispiel, dass man in der Mauscursor dahin macht, wo der Ladebalken gerade ist. Ist der Ladebalken auch fertig? Ja. Bei mir ist er auch fertig. Ich hab fast das Gefühl, das wirkt nichts mehr irgendwie, ne? Das Gefühl hab ich ehrlich gesagt auch. Und ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Ach je, ein tolles Spiel. Oh, nein, 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 nein. Komisch. Ich glaub, das ist wirklich nicht mehr so normal, ne? Äh, irgendwie nicht, ne. Ah, ich würd sagen, ich beende vielleicht dann auch schon mal die Aufnahme, weil ich glaub nicht, dass jetzt gerade noch was viel Spannenderes kommt. Aber wenigstens hab ich ja schöne Framerates von 250. Das ist super. Das seh ich gar nicht. Also, dann ist das wohl... Ich hab das Eier über Steam, kann man das glaub ich machen. Oder Uplay, oder irgendwie hab ich da was. Oh, ich hab 0% verworfene Frames im Stream eigentlich. Okay. Ich hab maximale Bandbreite eingestellt. Aha. Wo geht's. Oder vielleicht liegt's auch an Shadowplay, ich weiß es nicht genau. Naja, auf jeden Fall, das war's wohl für diese Aufnahme, weil irgendwie hat sich Farquay entschieden, dass wir eine Aufnahmepause machen sollen. Also, naja, machen wir das halt mal. Äh, ja. Genau, man sieht sich dann in den nächsten Folgen und bis dahin. Ciao. Ciao.